Herzlich Willkommen zum Köbik Badplaner. Der Köbik Badplaner richtet sich an all diejenigen, die den nächsten Schritt zum Traumbadwagen wollen. Hier können Sie schnell und unkompliziert erste Ideen umsetzen, Ihren Raummaß zeichnen, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren und das Ganze an die Köbik Ausstellungen weiterleiten. So können unsere Köbik Fachberater und Fachberaterinnen mit der Detailplanung fortfahren. Der Köbik Badplaner ist auf der Köbik Internetseite und in beiden Online-Shops zu finden. Ebenso gibt es für alle Mobilgeräte eine entsprechende App, mit der man bequem auf dem Mobilgerät sein Bad planen kann. Die App ist im Apple Store und im Google Play Store zu finden. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Bad mit dem Köbik Badplaner gestalten können. Im ersten Schritt benötigen Sie die Maße Ihres vorhandenen Badezimmers. Sobald Sie das Planungsprogramm geöffnet haben, erstellen Sie Ihren Raum. Hier können Sie zwischen vorgefertigten Räumen und dem freien Zeichnen wählen, um realitätsgetreu die Maße und die Form Ihres Raumes hinterlegen zu können, sowie die Position der Tür und des Fensters festzulegen. Haben Sie das Aufmaß erledigt, können Sie direkt mit der Einrichtung starten. In diesem Schritt können Sie die Sanitärobjekte und Fliesen wählen. Entdecken Sie ansprechende Designs, wählen Sie eine harmonische Farbgebung und klicken Sie sich durch das ausgewählte Sortiment von Köbik. In unserem Köbik Badplaner finden Sie beliebte Produkte unserer Exklusivmarke. Das vollständige Sortiment stellen wir Ihnen gerne bei einer persönlichen Beratung in unseren Ausstellungsräumen vor. Entscheiden Sie sich für eine Waschtischanlage, Ihre Größe und die dazugehörigen Möbel. Stimmen Sie danach das WC aus der gleichen Serie ab. Träumen Sie schon immer von einer großen Regendusche, probieren Sie aus, ob Sie sie in Ihr Bad einplanen können. Per Drag & Drop lassen sich die ausgewählten Objekte im Raum positionieren und verschieben. Sie können jederzeit die vorgegebenen Einbauhöhen manuell ändern, aber auch Produkte löschen oder mit anderen ersetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für die Verfliesung Ihres Raumes können Sie im Punkt Bereiche verschiedene Flächen vordefinieren. Soll eine Wand nur bis zur Höhe 1,5 m verfließt werden, lässt sich dies hier einstellen. Wenn Sie oben rechts von der Boden in die Wandansicht wechseln, können Sie mit wenigen Klicks einen Bereich einzeichnen, in den Sie ganz bequem Ihre ausgewählten Fliesen schieben können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oben rechts können Sie in die 3D-Ansicht wechseln, in der Sie sehen können, ob die Fliesenauswahl zueinander passt. Ist Ihre Auswahl für Boden und Wandfliesen getroffen, können Sie sogar die Fugenfarbe ändern. Schauen Sie sich zum Schluss Ihr neues Bad in der 3D-Ansicht an. Die untere Leiste der 3D-Ansicht gibt Ihnen die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und von verschiedenen Seiten in die Planung zu schauen. In der Leiste oben links können Sie das Hilfsmenü aufrufen. Hier finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Funktionen. Neben dem Punkt Einstellungen haben Sie mit der Klammer die Möglichkeit, Anhänge wie zum Beispiel Bilder aus Ihrem alten vorhandenen Bad einzufügen. Auf dem Notizzettel können Sie zusätzliche Anmerkungen notieren. Die Klammer sind vierte, die Klammer in der Klammer in die Klammerung sind hinzu. Die Klammer sind hierherumbrande, die Klammer in die Klammer. Unser Abenteuer. Die Klammer sind hierherumbrande und die Klammer sind ein bisschen weiterverteilt. Die Klammer sind wir nach oben als imensor活schlag. Sie haben 100% die Klammer seitens einen belastischen Anmerkungen, 被screeniert den Klammer an. Die Klammer sind hierherumbrande, die Klammer besucht. Ihre abgeschlossene Badplanung können Sie über das Speichersymbol sichern. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, das Projekt per PDF-Datei zu exportieren und Ihre Planung direkt in eine der Köbig-Ausstellungen zu übermitteln. Dazu tragen Sie Ihre persönlichen Daten ein und wählen die Köbig-Ausstellung aus, von der Sie kontaktiert werden möchten. Zusätzlich können Sie noch einen Kommentar verfassen, wenn Sie die Planung beispielsweise an einen bestimmten Ausstellungsberater adressieren möchten. Jetzt ist Ihre Kreativität gefragt. Besuchen Sie uns auf der Köbig-Internetseite www.köbig.de oder laden Sie sich unsere Badplaner-App runter. Wir freuen uns schon jetzt darauf, Ihre Badplanung zu erhalten und gemeinsam mit Ihnen Ihr neues Traumbad zu erarbeiten. Übrigens, kennen Sie schon unser VR-Angebot? Schauen Sie sich Ihr geplantes Bad mithilfe einer VR-Brille im vollständig virtuellen Raum an und sammeln Sie erste Eindrücke. Sprechen Sie uns an. Bis bald, Ihr Köbig-Team.